10. Das Heckgeld 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 10. Das Heck headers 10. Das Heckgeld 10. Das Heckgeld gedieh es unter den Kütteners Kindern und hatte es recht gut unter Mahautes Händen, auch als sie aus dem Zustand üppiger Milde schon längst zurückgefallen war in Dürre und Zänkischkeit. Denn Abt Gregorius hatte ein genaues Auge darauf, wie sie ihre Mutterpflichten erfüllte und ließ fast keinen Tag verstreichen, ohne dass er herübergekommen wäre zu Wickelaps Hütte, um sich des Wohlbefindens seines geistlichen Söhnchens zu versichern. Es hatten aber alle Kinder der Fischersleute und diese beiden selbst es besser als bisher, denn die zwei Mark, die Wickler vom Abte empfangen, halfen ihm weit über den geringen Aufwand für den Unterhalt seines Siebenten und hatte bittere Armut ihn bis dahin in ihren Krallen gehalten, so war er des Griffes nun ledig und vermochte seine Ménage nach und nach auf einen behäbigeren Fuß zu bringen. Im Salzigen, da hatten so lange seine Äcker gelegen, in harter Mühsal hatte er die bestellt und mit der Fischjagd knapp dem Hunger der Seinen gewährt. Das ward nun anders. Er kaufte drei Kühe und zwei Schweine, dazu Weiderecht für die Rinde auf einem Anger, zimmerte in seiner Hütte Stall und Koben und eine Stube an und saß dort mit den Seinen bei Milchsuppe, Wurst und Wirsingkraut. Denn etwas Gartendand und Rübenacker, er warb er auch von der Gemeinde, zog, indem er den Boden mit Stall missdüngte, Möhren, Kohl und Ackerbohnen, teils zur eigenen Zehrung, teils für den Markt und betrieb die bittere Fischerei bald nur noch nebensächlich. Alles durch den Segen des Kindes. Als sein Weib Maute ihn zuerst am Stalle zimmern sah, warf sie die Arme empor und wunderte sich des Todes, was er in seiner Armut da treibe und wozu. Aber er sagte es nicht. Als dann zwei Kühe kamen, etwas später noch eine, danach der Koben und die Schweine, so dann die Stube, ferner das Rübenland, da wunderte sie sich bei jeder Neuerung entsetzlich und überlaut, Mann, bist du unklug, Mann, um Gottes Willen, was ist dir in die Krone gefahren und wo soll es noch hinaus mit uns aus unserem Armutsstande? Helf Gott, Mann, woher nimmst du das Goldgeld für all die Luxerei? Wir hatten nichts als kranke Speise und nun haben wir Wurst und Buttermilch und werden Geld für Leute. Mann, das geht nicht zu mit rechten Dingen. Nun baust du schon Möhren. Sagst du mir nicht, woher du das Geld nimmst? So glaube ich fest, du hast es mit dem Deivel. Habe ich dir nicht, drohte der Mann, war meinem Leibgurt das Fragen verboten? Nach dem Kinder hast du mir zu Fragen verboten, nicht nach dem Gelde. Ich habe dir überhaupt zu Fragen verboten, sagte der Mann. Nach nichts soll ich mehr fragen dürfen? Du sammelst Schätze und zauberst Horn, Vieh und Schweine herbei und ich soll nicht fragen, mit wessen Hilfe? Weib, sagte der Mann, noch ein Wort und ich ziehe den Gurt und mach dich zetern aus anderem Grunde. Da schwieg sie, aber bei einer Nacht, als ihn nach ihrem dürren Leibe ehrlich verlangte, da ließ sie ihn nicht heran, ehe er ihr vertraut hatte, wie es mit dem Kinder gewesen, dass er und sein Bruder es mit frostiger Hand von der Freise gefischt und der Abt es entdeckt hätte, der hätte ihm zwar Goldmarke geben, damit sie es aufzögen fürs Kloster, aber wess Kind es sei und wer es im Festlein aufs Meer gesetzt, das wisse niemand. Nachher, als er sein Genüge gehabt, da sprach er, Uff, es war das Geheimnis nicht wert. Hältst du es nicht und twaddelst es aus, dass Grigors ein Fundkind ist von der See, so schlag ich dich blau und lahm. Und sie hielt es auch und twaddelte nicht, so manches Jahr, weil sie fürchtete, es möchte geschehen sein um Wurst und Buttermilch, wenn sie nicht schwiege. Den Findling hielt sie nicht schlechter als Flann, den eigenen Jüngsten, und wie es dem Abte, so oft er vorsprach, um nach dem Rechten zu sehen, ein gedeihend Milchbrüderpaar. Er tat auch, als ob ihm beider Gedeihen gleichmäßig angelegen sei und lobte ihr den grobschlechtigen Flann nicht weniger als das Fremde, das doch offenkundig aus feinerem Holze geschnitzt war und dem im Stillen all sein Augenmerk galt. Nicht nur, weil es fein und schön war vor den Fischerskindern, sondern vor allem, weil er wusste, dass es in großen Sünden geboren war, denn das geht einem Christen nahe und bewegt sein Herz zu einer Art Verehrung. Wie dem Fischer das Kostgeld anschlug, das sah er mit Schmunzeln. Aber es mahnte ihn auch, dass er selbst durch die Tafel verhalten war, dem Kinde seine Mitgift zu mehren und sie hecken zu lassen. Viel vom ersten Tage an las er in der Tafel. Alles in allem ist wohl nie eine Tafel so oft gelesen worden wie diese. Abt Gregorius schloss sich ein in seiner Stube, wenn er darin studierte, und nicht wenig Zeit nahm es ihm anfangs aus den scheuen Umschreibungen von des Kindes Verwandtschaft, dass es nämlich seiner Eltern Geschwister und Nefflein sei, die sündenvolle und ein Christenherz ergreifende Wahrheit zu errechnen. Bruder und Schwester, welche Not! Gott hatte unsere Sünde zu seiner Not gemacht. Sünde und Kreuz, sie waren eines in ihm, und vornehmlich war er ein Gott der Sünde. Darum hatte er dem städtelosen Früchtchen seine Burg Notgottes hier zur Stätte angewiesen. Der Abt fühlte es tief, und teuer war ihm sein Auftrag. Die erste Mahnung der Tafel hatte er schon erfüllt und hatte das wilde Kindlein getauft. Der anderen, dass er es solle die Schrift lehren, damit es einst seine Tafel möchte lesen können, der wollte er nachkommen, sobald das Kind bei den Fischern zum lehrbaren Knaben aufgebracht wäre. Die dritte forderte auch Befolgung, nämlich dem Ausgesetzten sein Gut zu mehren, die 17 Goldmark, die von den 20 in den Broten gefundenen noch übrig waren, nachdem er drei den Fischern gegeben. Das schuf ihm manchen Skrupel, denn ist nicht ohnehin ein solcher Hauptschatz Brennstoff des höllischen Feuers, geschweige, dass man Heckgeld dafür nehmen und sich für Gottes Zeit bezahlen lassen soll. Er wollte es aber doch für sein geistliches Söhnchen nach der Weisung der Tafel so gerne tun. Darum rief er den Säckelmeister des Klosters, Bruder und grüßte Gonos zu sich in seine Stube, verschloss die Türe und sprach. Bruder, ich, dein Abt, habe hier ein mäßig reiches Kapitale und Weisengeld in Goldmark, 17 an der Zahl, die hat man mir übergeben zu treuen Händen, nicht bloß, dass ich sie eintruhe als Totenwert, sondern zu Profit soll ich sie machen. Nun heißt es ja nicht vergraben, solle ein frommer Knecht das Pfund, das Gott ihm anvertraut, sondern solle es wuchern lassen. Und doch ist, wenn man es zweimal bedenkt, der Wucher auch wieder des Christensache nicht und ist eine Sünde. In diesem Zwiespalt, was rätst du mir zu tun? Das ist ganz einfach, antwortete Chrysogonos. Er gebt die Summe den Juden Timon von Damaskus im Warte und Spitzenhute, einem genauen, zuverlässigen, im Wuhan wohlerfahrenen Mann. Der handelt mit nichts als Geld auf seiner Wechselbank und hat einen Umblick in der Welt des Geldes, das glaubt ihr nicht. Er schickt eure Summe womöglich bis Londinium in Essex, das sie da werkt und abwirft, schlägt Zins und Zinseszinsen zum Grundgeld und lasst ihr ihm das Kapitale lang genug, so macht er euch aus 17 Goldmark 150. Ist das so? fragte der Abt und weiß er dermaßen die Zeit zu melken? Ist er auch getreu? Es gibt keinen frömmeren Wucher, erwiderte der Bruder, als den Juden von St. Dunstan. Gut, Chrysogonos, so bitte ich dich, geh, nimm den weißen Schatz und gib ihn dem Timon im gelben Hute auf seine Bank. Geh gleich, damit das Geld alsbald zu hecken anfängt und bring mir das Rezipisse. So beschied der Abt dem Bruder, rief ihn aber an der Türe noch einmal zurück. Chrysogonos, sprach er ich, dein Abbott, habe ein umfangreiches Wissen, das zu tragen nicht immer leicht ist, kredite mich. Es geht mir so manche Synode und so manches Konzil im Kopf herum, die das Zinsgeschäft so geistlichen Willeien oder wenn diesen nicht, so immer doch uns Geistlichen untersagte. Darum, wenn du das Geld dem Juden gegeben hast, so wirst du gut tun, dich in die Geißelkammer hinab zu verfügen und zur Sühne eine mäßige Bestrafung an dir vorzunehmen. Nicht doch, erwiderte der Bruder, ich bin schon sechzig und vertrage Geißeliebe sehr schlecht, auch wenn ich sie mir schonend selbst versetze. Ihr aber seid um zehn Jahre jünger und das Geld ist euer, darum, wenn es euch um Buße zu tun ist, müsst ihr euch schon selbst in die Kammer hinabbegeben und euch das Angemessene versetzen. Geh mit Gott, sagte der Abt und las wieder in der Tafel.